Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalterschaft fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel, die Kennzeichen eines Haushaltes. Wir erinnern uns, dass es Voraussetzungen gibt für die Haushalterschaft. Es ist die Verwaltung des Eigentums eines anderen. Man kann eigenes Gut nicht verwalten, deshalb hat man kein eigenes Gut zur Verwaltung. Gott hat einem die Fähigkeit gegeben, die Aufgabe zu erfüllen und die Verantwortung gegenüber dem Eigentümer. Wir wollen uns das noch einmal anschauen zu den Fähigkeiten, die Gott dem Menschen gegeben hat. Wir haben gesehen, dass Gott den Menschen zu einem Zweck schafft. Er gibt ihm Mittel und eine Quelle zur Verfügung. Aber hat er ihm auch Fähigkeiten gegeben, diese Dinge zu erfüllen? Und die Fähigkeiten sind die Dinge, die Gott dem Menschen gegeben hat, in seinem Geist und in seinem Körper. Und da der Geist den Körper steuert, ist die wichtigste Fähigkeit die Selbststeuerung. Das heißt, der Mensch muss selber denken. Niemand kann für ihn das tun. Der Mensch hat die Unterscheidungsfähigkeit. Der Mensch hat eine Entscheidungsfähigkeit. Und jetzt hat er ihm die Fähigkeit gegeben, zu atmen, zu essen, zu trinken, zu schlafen. Diese physischen Dinge. Er hat ihm die Fähigkeit gegeben, zu denken, zu lieben. Dass wir lieben können, liegt nicht an unserem Außenfeld. Es ist in uns hineingelegt. Die Fähigkeit zu lieben, ist eine in den menschlichen Geist hineingelegte Fähigkeit. Das Mittel nur ist das, was wir von außen holen, um zu lieben. So wie bei der Atmung wir den Sauerstoff holen, um ihn umzusetzen. Und bei der Nahrung, die sie von außen holen, aber die Fähigkeit zu essen, zu atmen, ist uns gegeben. So auch die Fähigkeit, treu, gehorsam, vertrauenswürdig zu sein. Das sind alles Fähigkeiten, die im Menschen sind. Die Gott in die Struktur hineingelegt hat, damit er zusammen mit den Mitteln seinen Zweck erfüllen kann. Die Moral und die Verantwortung sind damit verbunden. Nun haben wir als Haushalter diese Fähigkeiten, die wir ja in Verantwortung vor Gott erfüllen sollen. Die Frage ist nur, kann man diese Fähigkeiten, die man hat, die ja in uns hineingelegt hat, auch falsch nutzen? Und das ist wichtig zu verstehen. Wir haben in der Heiligen Schrift das Gleichnis, das Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn. Da hat ein Mann zwei Söhne. Der eine entschließt sich wegzugehen vom Vater, will sein Erbe, verprasst es und kehrt am Ende leer und reumütig zurück. Der andere geht nicht weg vom Vater, er bleibt beim Vater. Aber im Gleichnis ist ersichtlich, dass sein Bleiben beim Vater, sein Treue, sein Gehorsam, beim Vater zu bleiben, doch nicht aus der richtigen Motivation heraus geschah. Das heißt, der Mensch kann die Fähigkeiten, die ihm Gott gegeben hat, zu einem falschen Zweck benutzen. Und das ist wichtig, dass wir den Unterschied machen. Wir haben gesehen, dass wir in uns am Beginn jeder Handlung die Identität steht, das Auge, wie Jesus es nennt. Und ist das Auge richtig, das heißt, weiß ich, ich bin ein Geschöpf Gottes, dann werde ich mein Vertrauen, welches die erste Aktion meines Geistes ist. Das heißt, jede Tat wird über Vertrauen gesteuert. Kann nur mit Vertrauen beginnen, weil der Geist nicht gezwungen werden kann. Dann ist mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Ich nehme von ihm die Mittel und ich handle aus der Motivation der Liebe, welches ja letztendlich auch das Mittel Gottes ist. Ich weiß, dass ich in mir selbst nichts habe, deshalb nehme ich das als Aktion von Gott, um es zu geben, weil der Gewinn liegt im Geben, im Umsetzen dessen, was sich von Gott genommen hat. Gott hat mir die Fähigkeit gegeben zum Umsatz. Nur das Mittel kann ich selber nicht herstellen. Also weiß ich, dass wenn ich das Mittel für mich behalte, wenn ich einatme und nicht ausatme, wenn ich irgendetwas tue und nicht gebe, dann wird es zum Verlust. Und dann folgen die Entscheidungen, die unser Leben und unser Körper steuern. So, wir alle haben das gelernt. Der Mensch beginnt in seinem Geist, mit wem er vertraut. Aber wem er vertraut, bestimmt seine Identität, sein Auge. Ist jetzt das Auge, so wie wir alle auf die Welt kommen, ein Falsches, ein Böses, wie Jesus es nennt, dann denke ich, ich bin Gott. Und dann weiß ich nicht, dass ich letztendlich vertrauen muss, weil ich bin ja kein Gott und ich vertraue dann auf den Mammon. Ich verlasse mich auf etwas, was nicht vertrauenswürdig ist und damit handle ich natürlich aus einer falschen Motivation. Ich tue alles für mich, deshalb gebe ich, weil ich denke, ich habe was, um zu bekommen, weil ich im Bekommen den Gewinn sehe und im Nicht-Bekommen den Verlust. So, ich hoffe und ich möchte, dass wir uns diese Skizze merken. Sie hilft mir, außergewöhnlich zu wissen, wie handle ich, mich zu untersuchen. Ich habe ein Modell, wo ich durchgehe, weil ich muss ja nämlich wissen, für wen und im Vertrauen auf wen mache ich meine Tätigkeit. Wir alle als Menschen tun was. Der verlorene Sohn geht weg. Er tut was. Ist es offensichtlich, woraus er das tut? Ja, er dient dem Mammon. Er ist ein Gefangener seines Irrtums und er muss das, was er vom Vater genommen hat, verprassen, weil er ist ja nicht im Dienst des Vaters. Er ist im Dienst Lucifers, er ist im Dienst der Menschen, er ist abhängig von Menschen. Und so lebt er frei das heraus. Ihr seht, die Unfähigkeit, das Gute zu tun, ist eine super Sache, wenn man sieht, weil man dadurch die falsche Motivation und das falsche Auge zum Vorschein kommt. Beim verlorenen Sohn hat niemand den Zweifel, dass er das aus dem guten Auge tut, das heißt aus dem Vertrauen auf Gott. Das ist offensichtlich. Ein Mensch, der krank ist. Ein Mensch, ich nehme jetzt mal nicht die Krankheit an sich, aber die Angst ist eine Krankheit. Die Angst zeigt, dass der Mensch sich auf jemanden verlässt, auf etwas verlässt, das nicht fest ist. Er hat die Fähigkeit zu vertrauen. Die Fähigkeit zu vertrauen ist nicht außerhalb von ihm, sie ist in ihm. Er hat die Fähigkeit zur Aktion. Er hat die Fähigkeit, die Motivation auszuüben. Er hat die Fähigkeit zu unterscheiden und zu entscheiden. So lasst uns nicht Fähigkeiten und Mittel durcheinander bringen, weil sehr leicht ist das in unserem Geist, dass wir Dinge verwechseln. Wir verwechseln nicht die Fähigkeit, die uns Gott gegeben hat, mit dem Mittel, das er uns gegeben hat, den Zweck zu erfüllen. So die Mittel, die Fähigkeit, die Quelle, woher wir alles, die Mittel nehmen sollen, sind gegeben, damit wir unseren Zweck als Haushalter erfüllen. Aber was ist nun entscheidend in dieser Sache? Entscheidend ist, dass wir wissen, für wen nutzen wir unsere Fähigkeiten und die Mittel. Erfüllen wir wirklich unseren Zweck oder nicht? Und der Ängstliche, so wie der verlorene Sohn, zeigen, dass sie ihr Vertrauen nicht auf Gott setzen. Der Elia, der große Mann Gottes, Er flieht nach dem großen Sieg, den er hat und des Vertrauens auf Gott, flieht er vor der Isabel, weil er Angst hat um sein Leben. Hat er das getan aus Vertrauen auf Gott? Sicherlich nicht. Er tut es aus Vertrauen auf sich selbst. Da war noch ein Strang, den Gott ihm zeigen musste, wo er abhängig ist, wo er nimmt, von wo er nicht nehmen soll. Er hat der Isabel vertraut, dass sie ihn töten kann. Ist das richtiges Vertrauen? Ist das richtiges Nehmen? Wir alle wissen, das ist es nicht. Wir alle wissen, das ist es nicht. So, deshalb lasst uns es bewusst uns machen, wem wir vertrauen. Der Ängstliche gibt offensichtlich klar, dass er nicht Gott vertraut. Er vertraut auf den Menschen. Jedem, vor dem wir Angst haben, dem vertrauen wir. Das ist wichtig zu verstehen. Dann würden wir die Furcht Gottes wunderbar verstehen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheitanfang. Das heißt, wir vertrauen auf Gott und nehmen nur von ihm. Das ist die Furcht des Herrn. Wir vertrauen auf Menschen. Wir vertrauen auf Umstände. Da können wir keinen Halt haben. So, bei Menschen, die das zeigen, ist das offensichtlich. Aber was machen wir mit den Menschen, die nach außen gut aussehen, die ihre Pflicht erfüllen? Das ist der Sohn, der zu Hause bleibt. Er ist treu. Er ist gehorsam. Er tut seine Pflicht entsprechend dem, wie er es gewohnt ist, beim Vater zu tun. Er hat all die Fähigkeiten oder all diese Eigenschaften, die wir gesehen haben, die wir in der Lektion haben als Haushalter. Er erfüllt sie. Und dennoch erfüllt er sie nicht. Der reiche Jüngling, er hat gehalten nach außen hin die Gebote Gottes. Sein Leben war äußerlich ein moralisch intaktes. Aber in der Realität war es verdorben. So wie Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr seid getünchte Gräber. Das heißt, nach außen hin waren sie treu, gehorsam. Sie haben erfüllt. Sie haben sogar ein reines Gewissen gehabt. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, der ja kein reines Gewissen hat, der zu Gott geht und sagt, sei mir Sünder gnädig. Der verlorene Sohn hat kein reines Gewissen. Er ist sich seiner Not bewusst. Der zu Hause bleibt, der Pharisäer, der denkt, er erfüllt seinen Dienst. und ist treu. Dabei ist er es nicht. Deshalb, wie kann man jetzt sich selbst erkennen, ob man ein Haushalter ist nach der Ordnung des Sohnes, der zu Hause bleibt, oder ein Haushalter nach der Ordnung eines Pharisäers, der letztendlich kein Haushalter ist, sondern sich nur um sich selber dreht. Aber äußerlich hat er alle Eigenschaften eines guten Haushaltes. Wie kann man sehen, dass unterhalb dessen, was äußerlich scheint, ein verdorbenes Herz liegt, ein böses Auge. Das kann Gott nur somit schaffen, dass er uns in die Schwierigkeiten bringt des Lebens. Der offensichtliche verlorene Sohn musste in eine Schwierigkeit kommen, sich Rechenschaft zu geben, dass er falsch liegt. Aber er wusste das schon durch seine Taten. Aber solange er Geld hatte, keine Not. Und jetzt, als der Sohn nach Hause kommt, wird der Sohn, der zu Hause geblieben ist, in die Schwierigkeit gebracht. Er wird nicht in eine negative Schwierigkeit gebracht, sondern eine positive. Er könnte sich ja freuen, dass sein Bruder wieder da ist. Aber er tut es nicht. Ihr seht, was Gott prüfen muss und was hervorkommen muss, ist das, was im Herzen ist. Und die Motivation für jede Tat muss geprüft werden, weil die Taten könnten äußerlich gut sein und dennoch aus einer falschen Motivation kommen. Deshalb kann man nur sehen, ob die Liebe meine Motivation ist oder der Egoismus in dem Konflikt, in der Auseinandersetzung. So, wir wollen heute uns um die Definition der Liebe, um die Motivation, die in allen Taten hervorkommen muss, egal, ob wir in Frieden sind, ob alle Umstände gut und schön sind oder ob sie nicht gut sind, ob sie in Bedrängnis sind, in Bedrängnis sind. Es muss dieselbe Motivation hervorkommen. Deshalb muss Gott an jeden Menschen in Bedrängnis führen, weil der Stolz und der Egoismus tut große Taten und man kann auch treu sein aus Stolz und Egoismus für sich selbst. Man kann gehorsam sein, so wie der reichen Jüngling, für sich selbst. Man kann ein reines Gewissen haben für sich selbst. Da war ein Mann, wo ich mich erinnere, der mit seiner Frau große Schwierigkeiten hatte und er sagte, ich will mich nicht scheiden lassen, weil ich ein reines Gewissen haben will. Und er merkte nicht, dass dieses reine Gewissen er nur für sich selbst hatte. So, lasst uns das klar machen. Die äußerlichen Handlungen der Treue, des Gehorsams, des reinen Gewissens, der Ausübung sozusagen des Jobs nach Vorschrift ist noch kein Beweis. dass das ein richtiger Haushalter ist. Der Beweis der wahren Haushalterschaft kommt durch die Motivation hervor, die in der Schwierigkeit geprüft wird. So, was ist die Motivation der Liebe? Die Liebe hat zwei Eigenschaften. Sie hat zwei Dimensionen, wenn ich so sagen will, aus der alles entspringt. Sie hat maximales Interesse für die anderen. Sie ist fähig, das Leben zu geben, weil das Interesse für den anderen ist maximal. Und so ist unser himmlischer Vater, der die Liebe ist. Er hat maximales Interesse für seine Geschöpfe, nicht in seinen Geschöpfen. Die menschliche Liebe kann auch maximales Interesse aufbringen, aber sie ist, hat nicht Interesse für die anderen, obwohl wir es so sagen, sondern sie hat Interesse am anderen, weil der andere ist meine Quelle der Liebe, mein Zweck. So habe ich das verstanden, dass das Interesse noch nicht das Entscheidende ist, sondern ist es am anderen oder für den anderen. Wenn eine Mutter ein Kind zwingen will, dann denkt sie, sie hat ein Interesse für das Kind. Aber der Zwang beweist, dass sie ein Interesse am Kind hat. Ich hoffe, dass wir das unterscheiden können, die menschliche Liebe, die Motivation des Stolz und Egoismus hat Interesse. Gott hat uns die Fähigkeit zum Interesse gegeben. Er hat aber nur Interesse am anderen, nicht für den anderen. Das beweist die Fähigkeit, 100% Freiheit zu geben dem anderen. Das beweist 100% Respekt zu geben für die anderen, dem anderen zu geben. Das bedeutet kein Zwang zum Guten. Diese Definition, diese Motivation der Liebe ist das Entscheidende, was wir verstehen müssen, weil sie beweist letztendlich durch das, was wir tun, ob wir in Gott sind oder im Egoismus. Aber das wird geprüft in der Not. Wer kann 100% Freiheit geben, dem, von dem er abhängig ist. Wenn ich am anderen ein Interesse habe, kann ich ihm keine 100% Freiheit lassen. Und das sieht man dann, dann kann man den Betrug seines Herzens erkennen, wenn ich zwanghaft bin. Und ich muss es erkennen, ich bin in meinem Herzen immer noch sehr zwanghaft, ich möchte Dinge Menschen beibringen, nicht aus Freiheit. Das heißt, dann habe ich Interesse am anderen, nicht für den anderen. Dann ist das Interesse für mich, dass ich Erfolg habe, dass Menschen gesund werden, damit ich mich loben kann mit ihnen. So, wo immer ein Hauch von Zwang ist. Da ist des Teufels Motivation. Da kann keine Liebe existieren. Deshalb in der Bedrängnis zeigt sich durch unser Tun, durch unsere Stimme, sie offenbart sofort die Freiheit oder den Zwang. Schauen wir uns doch mal an. Ich habe hier die Früchte des Geistes genommen. Die Freude ist ein Ausdruck des Vertrauens auf Gott. Die Freude ist ein Ausdruck, dass ich inmitten der Not was nicht ausübe? Keinen Zwang. Wie viel Zwang ist in der Freude? Es ist maximales Interesse in der Freude und es ist maximale Freiheit Freiheit in der Freude. Sie wird niemanden zwingen. Der Friede, den ein Mensch ausstrahlt, der kann geprüft werden und er wird geprüft werden, dass er keinen Zwang ausübt. Die Langmut und Geduld zeigt, dass man nicht gleichgültig ist dem Anderen gegenüber. Man hat maximales Interesse für ihn, aber man wird ihm immer die Freiheit lassen. Langmut und Geduld ist nicht in der Motivation des Stolz und Egoismus zu finden. Besonders dann nicht. Ich meine, wir reden ja davon, dass sie geprüft werden in den schwierigen Situationen. Wenn andere nicht tun, was sie sollen, dann kommt das hervor. Die Freundlichkeit genauso. Jeder kann lächeln, wenn die anderen nett und lieb sind. Aber kannst du freundlich bleiben, wenn jemand dir was Falsches getan hat? Kannst du keinen Zwang ausüben? Ich habe mein Auto in die Inspektion gebracht und man will ja, wenn man das Auto von dort abholt, sieht, dass es besser läuft wie davor und nicht schlechter. Und ich habe zwei Dinge feststellen müssen, nämlich, dass die Lichter, die sie angeblich korrigiert haben, falsch eingestellt wurden. Das heißt, ich sehe nur noch ein paar Schritte vor mir mit Abblendlicht. Ich muss Fernlicht einschalten, dass ich was sehe. Ist nicht sehr angenehm, oder? wenn man in der Nacht fahren muss? Und ich habe es erst in der Nacht gesehen. Da kann man niemanden hingehen und sich beklagen. Und wir haben die Luftfilter und was alles da gewechselt und das Gebläse macht jetzt ein hochfrequentes Geräusch. Was auch sehr nervig ist, wenn man sich erwärmen will. Man kann ja nicht auf den Ventilator verzichten, weil es sehr kalt ist. Und so hatte ich zu kämpfen. Wie werde ich mich jetzt der Werkstatt gegenüber, dem Meister, wie werde ich mich zu ihm verhalten? Werde ich mit Freude, mit Frieden, mit Langmut und Geduld und mit Freundlichkeit ihm die Sache sagen? Oder wird aus mir heraus sprudeln Vorwurf? Ich muss sagen, ich habe gekämpft in mir, wenn man sich so eingeengt fühlt durch etwas, was nicht angenehm ist, wenn man nicht fahren kann, wie man will, weil das Auto nicht das Licht hat, was es soll, ist man dann frei? Kann man einfach freundlich denken? Nun, der Umstand ist falsch. Aber jetzt kommt, damit ich prüfe, damit ich sehe, mache ich diesen Menschen Vorwürfe oder verstehe ich sie, dass sie Fehler machen können? Weil ich bin mir sicher, sie haben den Fehler nicht absichtlich gemacht, oder? Wenn ich sie beurteile, dass sie den Fehler absichtlich gemacht, dann muss ich natürlich ganz böse auf sie sein. Aber ich bin sicher, sie wollten das Gute, wie wir alle, und es kommt nicht gut raus. Wie verhält man sich? Bleibt man freundlich? Wählt man die Worte im Voraus so, dass man den Egoismus des Anderen nicht reizt, sondern dass man mit Freundlichkeit und Sachlichkeit die Sache angeht, ohne die Person anzugreifen? das ist, wo Gott uns prüft und ich denke, das war seine Absicht, dass diese Dinge so laufen, damit ich in meinem Herzen erkennen kann, aus welcher Motivation heraus diene ich. Güte, erweise ich Güte gegenüber dem, der fehlt, erweise ich Treue, erweise Sanftmut und Demut in all meinem Tun, gehe ich zu dem Menschen hin und bleibe demütig und sanftmütig und voller Selbstbeherrschung, Reinheit, denke ich im Vorhoff, was ich tue. Wir müssen verstehen, die Motivation entscheidet die Tat und ohne Schwierigkeiten sieht keiner, ob er für sich oder für den Mammon dient letztendlich oder Gott. Er kann dieselben Dinge tun und dennoch tut er sie aus der falschen Motivation und wenn Gott uns dann prüft, dann will er sehen, ist die Liebe nun meine Motivation oder nicht und es ist eindeutig, Gott ist die einzige Quelle der Liebe. Niemand kann diese Liebe selber herstellen. Gott ist diese Liebe, nur er kann diese Liebe herstellen und er kann diese Liebe sein, weil er der Einzige ist, der unabhängig ist. Wenn ich das Auto zur Werkstatt bringe, dann mache ich mich abhängig von der Werkstatt, das Auto zu reparieren oder den Service durchzuführen. Gott ist nie abhängig von niemandem. Aber lebe ich aus Gott, dann werde ich nicht das Auto als mein Eigentum sehen und nicht mich als benachteiligt, sondern ich werde sagen, Herr, mit deinem Mittel wurde etwas getan und ich werde diesen Fehler nutzen, um dem anderen zu helfen, um ihm Mut zu machen, die Arbeit besser zu tun. Das kann man nur machen, wenn man geistig von der Werkstatt unabhängig ist. Bin ich vom Meister mich abhängig, dann bin ich in der Not. Bin ich aber von Gott abhängig, dann sage ich, Herr, wie soll ich handeln? Und dann kommt aus dieser Motivation der Liebe heraus, das, was herauskommt. Und ich musste kämpfen in meinem Herzen, weil nur wer Gott vertraut, kann diese Liebe umsetzen. Ich musste kämpfen, dass mein Ich gekreuzigt wird, dass ich merkte, wie dieses Ich will, dass ich rede mit dem Mann anders, dass ich merkte, wie Druck in meinem Herzen ist. Und solange Druck in meinem Herzen ist, nehme ich von dem Bösen, dann tue ich die Dinge nicht, dann muss ich den Anderen angreifen und ich kann nicht aus Liebe, aus Freiheit heraus handeln, sondern ich handle aus Zwang. Und dieser Zwang wird beweisen, dass ich ein Diener des Mammons bin und nicht ein Haushalter Gottes. So lasst uns deutlich und klar werden, was wir äußerlich tun, ob jemand treu seine Arbeit tut, hat noch lange nicht damit zu tun, dass er eine treue Seele ist. Ob jemand gewissenhaft seine Pflicht tut, ist noch kein Beweis, dass er es für Gott tut. Ob jemand in allem gehorsam ist nach den äußeren Vorschriften, so wie der Paulus sagte, ich bin vor dem Gesetz völlig blameless. Das heißt, ich bin unschuldig vor mir ist, ich halte das Gesetz. Äußerlich ja, innerlich nein. Deshalb wird Gott uns als seine Haushalte nie lassen ohne Prüfungen. Und jede Prüfung kommt, dass wir sehen, wo das Herz dran hängt. ich möchte keinen Dienst machen nach Vorschrift. Das heißt, ich möchte nicht äußerlich etwas tun, was ich innerlich nicht bin. Ich möchte ein Haushalter der Liebe Gottes sein. Ich möchte ein Haushalter sein, der weiß, dass die Mittel, das Auto und alles, was um mich herum sind, nicht mir gehört. Und ich möchte wissen, wenn ein Mensch einen Fehler macht mit dem Mittel Gottes, ich mit ihm so umgehe, dass ich ihm helfe, dass Zwang, Unfreundlichkeit, Ungeduld nicht mehr hervorkommt, dann hat die Haushalterschaft den wahren Stempel Gottes. Dann ist sie echt. Ansonsten ist sie nur eine Farce. So prüfe dich selbst. Bist du wirklich ein Haushalter Gottes oder ein Haushalter deiner eigenen Güter? Geht es wirklich darum, Menschen liebevoll zu begegnen, die Fehler machen oder nicht? Oder musst du dich dann durchsetzen? das ist kein Haushalter der aus Zwang handelt. Das ist kein Haushalter Gottes. Er mag einer von Luzifers sein, aber ein Haushalter Gottes übt mit all seinen Mitmenschen keinen Zwang aus. Und das ist entscheidend, wenn wir uns Gedanken machen über die Eigenschaften und Fähigkeiten eines Haushalters. Amen.